Hallo und Willkommen in die Russian Farm. Was haben wir denn da? Oh, ein Elefant. Und meine Bienen sind da. Das sind meine Bienen, Leute. Die Drohnenbienen. Was soll ich euch hier noch so schönes zeigen? Hier, das ist der ganze Hof. So sieht das aus. Hier ein Hase mit Osterei. Wunderbar. Und was passiert gleich? Irgendwie habe ich wieder ein schlechtes Gefühl. Oh, oh, was ist da denn? Wow. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Ein cooles Schwein, ey. Wow. Sehr schön. Jetzt wird es gelandet. Gehen wir mal weiter. Spazieren wir hier. Was habe ich hier? Ein LKW. Okay. Von Terminator 2. Der Lastwagen. Oh, 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 oh. Ein Käfer. Oh Mann, ey. Der war ja schnell. Oh. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ich hoffe, hier kommt jetzt keine böse Überraschung auf uns zu, oder? Oh, oh, oh. Ein Hubschrauber. Oh, hi, hi, hi. Pass auf. Oh. Hier, man hat ihn abgeschossen. Oder ist der von alleine explodiert? Oder war das von alleine? Katastrophal. Was haben wir denn hier? Eine schöne Traktore. Wow. Schöner Traktor. Wow. Hi. Hey, was macht der denn? Jetzt hat er irgendwie was gemacht da. Ist der jetzt halt noch schneller als sonst, oder was? Oh. Okay, meine Freunde. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.